Ganz wichtig, du brauchst keine Angst zu haben, dass ich dir irgendwas gegen deinen Willen verkaufen werde. Wir schauen hinterher gemeinsam uns alles an und du wirst für dich eine Entscheidung treffen und ich werde für mich eine Entscheidung treffen, ob es Sinn macht, dass wir beide gemeinsam auf diese wichtige Reise gehen. Weil natürlich ist es so, dass eine so enge Zusammenarbeit über so einen langen Zeitraum einfach folgendes braucht. Wir brauchen ein zur Hölle Ja füreinander. Und wenn wir kein zur Hölle Ja füreinander haben, dann ist es wohl eher ein Nein. Und das ist auch okay. Wenn du ein Mann bist, der auch zu viel auf den Rippen hat und endlich sein Wunschgewicht erreichen will, dann folge mir.